Willkommen zu Leinebergland in Schlagzeilen. Eifelt. Das ist heute ein ganz besonderer Tag. Wir geben uns heute ein neues Kleid in dem Sinn, dass Dinge aufhören und andere Dinge anfangen werden, eröffnete Vorsitzender Bernd Beushausen die Mitgliederversammlung des DRK-Kreisverbandes Eifelt. Eine wesentliche Änderung der vorgeschlagenen Satzungsänderung war, statt eines Vorstands nun ein Präsidium zu wählen. Im Rahmen der anschließenden Wahlen schlug die Versammlung stets eine Wiederwahl vor, allerdings teils unter anderem Titel. So wurden Bernd Beushausen zum Kreisverbandspräsidenten sowie Karin Knust und Wolfgang Motz zu seinen Stellvertretern gewählt. Helmut Knust bleibt Schatzmeister und Annett Aalt Kreisverbandsärztin. Und noch etwas war besonders an dieser Versammlung, denn zum letzten Mal trat Reinhard Hain als DRK-Geschäftsführer ans Rednerpult. Viele Jahre hat er das Amt mit Hingabe bekleidet, verabschiedet sich nun aber bald in den Ruhestand. Bis zum Ende des ersten Quartals 2018 wird er dem Kreisverband noch zur Verfügung stehen, um gemeinsam mit seinem Nachfolger Mario Eising einen möglichst weichen Übergang zu ermöglichen. Gronau. Nein, wir sind nicht das Gronau an der holländischen Grenze. Unsere Stadt liegt in Niedersachsen in der Nähe von Hildesheim im schönen Leinebergland. Immer wieder macht Dietlinde Müller auf dem Hansemarkt im holländischen Kampen am Gemeinschaftsstand der beiden kleinen Hansestädte Gronau und Eifelt die Besucher darauf aufmerksam. Sie informiert über heimische Wirtschaftsunternehmen, die weltweit exportieren, über kleine Unternehmen mit hoher Leistungskraft und über das touristische Angebot, das sich über ein dichtes Radwegenetz, über Wanderwege und dem Wassersport erstreckt. Eine starke Nachfrage nach der Leine-Heide-Radweg-Karte bleibt nicht aus. Kampensbürgermeister Bord Curlewin zeigt sich geehrt und stolz zum 37. Internationalen Hansetag über 100 teilnehmende Hansestädte aus 14 Ländern willkommen zu heißen. Die Hansetage sind ein wahrer Schmelztiegel der Kulturen, genau wie früher zur Blütezeit der Hanse, so der Kampener Ratsvorsitzende. Für den Auftritt der Stadt Gronau bei internationalen Hansetagen sieht Albert Rehse, SPD, Delegierter der Stadt Gronau noch ein wenig Handlungsbedarf. Zwar werde der Informations- und Verkaufsstand mit sehr viel Herzblut und Engagement betrieben, doch sollte über eine zeitgemäßere Präsentation durch Aufsteller und besonders auch internationalerem Prospektmaterial nachgedacht werden. Die Konzentration muss weiterhin auf unsere beiden kleinen Hansestädte Gronau und Eifelt liegen, eingebunden im Leine-Bergland. Dem politischen Gedanken, die Samtgemeinde Leine-Bergland könne sich als Mitglied im Tourismusverband Weser-Bergland einbringen, mag Albert Rehse nicht folgen. Das ist teuer, dort sind wir nur Anhängsel und für die Kosten haben wir noch nicht einmal ein neu gedrucktes Prospekt. Hildesheim. Ausgerechnet als der Festumzug vom Marktplatz aus starten sollte, ergoss sich ein heftiger Regenschauer über der Stadt. Die Passanten schienen jedoch gut gewappnet, denn in Windeseile säumte ein Meer aus bunten Regenschirmen die Straßen. Mit 15-minütiger Verspätung machte sich der bunte Zug auf den knapp 5 Kilometer langen Weg durch die Innenstadt. Über 120 Formationen präsentierten sich mit Musik, Kostümen, kreativen Festwagen und kleinen Geschenken. Alle wurden von den Schaulustigen an den Straßenrändern beklatscht und umjubelt. Erstmals seit mehrjähriger Pause war das Ziel des Schützenumzuges wieder der Volksfestplatz. Von Donnerstag bis Sonntag feierte die Hildesheimer Schützengesellschaft ihren 650. Geburtstag nach alter Tradition mit Fahrgeschäften, Veranstaltungen im Festzelt und dem Höhenfeuerwerk am Freitagabend. Kreis Hildesheim. Die Kirche hat Nachwuchssorgen, sagt man. Gerade auf dem Land wird es immer schwerer, freigewordene Pastorenstellen neu zu besetzen. Umso größer ist die Freude bei Katharina Henking und Christian Kastel, den Superintendenten im Kirchenkreis Hildesheimer Land Eiffelt. Innerhalb weniger Wochen haben gleich vier junge Geistliche ihren Dienst aufgenommen. Für Kastel sind die vier Neuen Anlass zur Hoffnung. Ich habe hier in der Tat schon den sterbenden Schwan gesehen, räumte der Elzer Superintendent ein. Er befürchtete, dass für die vielen Pastoren, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen werden, kein Ersatz zu finden wäre. Auf seine Initiative hin hatte der Kirchenkreis deshalb einen Antrag an die Landessynode gestellt, zusätzliche Anreize für Pastoren im ländlichen Raum zu schaffen. Die gibt es noch nicht, doch die jetzige Entwicklung zeigte, dass er vielleicht ein bisschen zu schwarz gesehen habe, so Kastel. Klein-Escherde. Immer öfter geht den Jugendfeuerwehren deren Nachwuchs aus. Um diesem Trend entgegenzuwirken, haben die Orte Klein- und Groß-Escherde eine gemeinsame Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen. Nach einem Jahr zogen die Betreuer nun ein positives Fazit und veranstalteten deshalb ein kleines Familienfest. Fünf Betreuer kümmern sich um die kleinen Funkenflieger, wie sich die Gruppe selbst genannt hat. Bei den Treffen, die im 14-tägigen Rhythmus immer am Montag stattfinden, spielt das Thema Feuerwehr aber nur eine untergeordnete Rolle. Wir beschäftigen die Kinder mit spielerischen Aktivitäten, Bastellen, Verkehrserziehung oder Ausflügen, berichtet Betreuer Thorsten Mayer. Zwar haben viele Dinge dabei auch irgendwie mit Feuerwehr zu tun, dies stünde aber keineswegs im Vordergrund der Treffen. Das Ziel sei es aber, die Kinder langsam und spielerisch an die Feuerwehr heranzuführen, erklärt Mayer. Mit der Gründung der Kinderfeuerwehr sind die Verantwortlichen ein Wagnis eingegangen, doch der Erfolg kam schneller als gedacht, sodass mittlerweile 22 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren regelmäßig an den Treffen teilnehmen. Mittlerweile muss schon über einen Aufnahmestopp nachgedacht werden, weiß die Leiterin der Kinderfeuerwehr Jasmin Meinka. Und zum Schluss der Sport im Leinebergland. Nordstemmen. Bei Sturm und Regen war die Durchführung des diesjährigen 24-Stunden-Schwimmens im Nordstemmener Freizeitbad alles andere als einfach, wie Rebecca Redweig, Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Nordstemmen zu berichten weiß. Von 10 Uhr bis 10 Uhr waren Schwimmer als Einzelteilnehmer oder Gruppen eingeladen, bei dem freundschaftlichen Wettbewerb mitzumachen. 68 Teilnehmer haben sich schließlich gefunden, die insgesamt 175,8 Kilometer geschwommen sind, was 3516 50-Meter-Bahnen entspricht. Auch wenn man es dieses Jahr nicht geschafft hat, 24 Stunden durchzuschwimmen, war Redweig nach Ablauf der 24 Stunden glücklich, zahlreiche Preise in verschiedenen Wertungen vergeben zu können. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.